Ja, nicht mehr jetzt wieder! Okay, so eine Ahara, hier bin mein Let's Play von Shanti, Risky's Revenge. Und ja, beim letzten Mal bin ich gestorben. Richtig blöd. Ah! Ei, was machen die bitte für Schaden? Und ich hab das Gefühl, ich müsste das vielleicht mal ein bisschen leiser stellen. So. Alter, die Soundeffekte sind ja mega laut. Okay, der ist tot. Ich kümmere mich ja zum den da. So. Der ist weg. Ich müsste irgendwie da hochkommen, ohne von den Kürbissen getroffen zu werden. So. Verdammt! Springen will gelernt sein. So. So. Jetzt haben wir doch die richtige Position. Bam! Ah, nice. Okay. Kontenance. And we have it! Ja! Nice! Schön. Und ich krieg dafür ne Truhe. Nice! You got a key! Okay. Sehr gut. Muss ich jetzt den Weg echt wieder zurückklatschen? Really? Ach, es seid nur ihr. Ihr könnt nix. Ich dachte, es kommen jetzt nochmal hier diese Todesritzer. Aber nö, es seid nur ihr. Ihr bringt mir wenigstens mehr Cash. Yay. Ja. Nein! Scheiße! Ich mag solche Plattformen nicht. Nein! Fuck! Ich sterbe gleich, wenn das so weitergeht. Ich würde ja schon auch gerne irgendwie speichern und sowas. Weil das ist mir dann doch zu risky. Get it? Risky! Aha, 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 aha. Ich bin so unlustig. Ach nein, nicht noch mehr Todesritzer. Wie soll man das auch bitte überleben? Hä? Zumal ich auch überhaupt keine Heiltränke mehr habe. Weil ich den ja blöderweise verscherbelt habe, ich dummes Kind. Weil ich es nicht besser wusste. Oh, jetzt darf ich das schon wieder nochmal von vorne machen. Ganz toll. Danke. Ach, the fuck. Bis gleich. Yay. Ich muss mit dem auskommen, was ich habe. Ich kann nicht speichern, weil ich nicht wieder nach oben komme. Yay. Hey, also die Todesritter so bekämpfen. Und zumindest ist der eine weg. Habe ich jetzt hier das Cash bekommen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ah! Speicherpunkt! Oh, danke. Danke, 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 danke. Danke, danke. Ja, 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 oh ja, yes, please. Ja, danke, danke, danke. Oh, nicht nochmal. Ach, du schon wieder. Na, solange mir das nicht nochmal Schaden macht. Ähm. Da ist was! Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Ah. Treasure! Sehr nice. Noch mehr Treasure! Ein Herz! Und Riesenkrug mit Mad Cash! Ah, okay. Nochmal runter? Weil ich hab... Ich höre doch die ganze Zeit dieses Ding. Das bilde ich mir doch nicht ein. Oder ist das jetzt von woanders? Na gut. Ah, davon kommt das. Okay. Ich verstehe. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich musste ins richtige Timing wieder abwarten, wa? Ja. Wow. Das ging gut. Mit noch mehr Mad Cash als Belohnung. Ein Herz, was ich gerade eigentlich nicht so brauche. Aber okay. Herzen sind schön. Well, I did it. Die Musik hat sich geändert. Ups, das wollte ich nicht. Das ist ein schöner Brunnen. Das ist ein schöner Brunnen. Ich? Ich? Das bin ich, wenn ich blau bin. Und nackig. Und nackig! Und nackig! Ach, der Braude Affen-Modus ist wieder da. Okay. Ist vielleicht auch irgendwie angegeben. Ähm... Ich meine, es gibt ja mehrere Tänze wieder, wie der jeweilige Tanz da auszusehen hat. Ich meine, gibt's nicht irgendwie Instructions für die Dingsbums? Ah, hier! Monkey Dance. Release the dance button during Pose 1. Ähm... Okay. Pose 1. Ja, ich tanze. Die ganze Zeit. Hä? Jetzt hat's geklappt? Was? Soll ich etwa nur... Moment. Erst einmal, ich bin kein brauner Affe mehr, sondern ein violetter Affe. Okay. Dim, dim, dim. Do I have to understand this? Okay. Ich glaube, das muss ich mir nochmal genau angucken, wie das geht, weil irgendwie checke ich das noch nicht so ganz. Da fand ich das damals mit dem System besser, von wegen, dass du noch so eine richtige Tastenkombination noch zusätzlich drücken musst, damit du dich verwandelst. Das ist jetzt natürlich blöd. Okay. Habe ich trotzdem jetzt noch geschafft. Ui. Schießt er jetzt echt ununterbrochen? Das ist natürlich blöd. Oder, Moment. Dann. Wow, was hat der bitte für eine Hitbox? Ups, jetzt drücke ich die falsche Taste, ich dummes Kind. Ach komm, das war, das ist jetzt scheiße. Das kannst du mir nicht erzählen, das ist nun echt mies. Wegen so einer lächerlichen, lächerlichen Dreck. Ah ja. Hm? Ah, ich muss das ganz laufen lassen, wa? Und hier kann sie sich nicht festhalten. I see. Ah! Oh, wie mies ist das denn? Ich bin gesprungen, das kann man mir jetzt nicht erzählen. Ah! Äh! No! 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 Natürlich! Sag mal, Spiel, warum bist du so gemein? Erst diese Kack-Positioning und dann sowas. Oh, come on. Verreckt, du Mistvieh. Jetzt darf ich mir das wieder neu holen. Super, danke. Ach, aber es war nicht so schwer. Kriege ich schon wieder hin. So. So, dann wollen wir es jetzt nochmal probieren. Ah! So kann ich mich festhalten. Und rutsche nicht runter. Äh. Mann. Ich falle ja trotzdem her aus. Das geht immer so weiter. Ah! Oh, wie mies. Come on, Game. That's not funny. Jetzt halt dich fest. Ah! Meine Hand rutscht! Ah! Wie... Scheiße! Nein! Scheiße! Da habe ich es geschafft. Und was ist? Ah, nein. Nein, 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 nein. Puh. Did it! Oh. Komm schon. Ich brauche Health. Bitte. Nein, nicht zurück. Hilfe. Me need health. Dringend. Oh, danke. Sie haben meine Gebete erhört. Oh, Cash. Das ist immer nice. So, wieder Plattformen entfernen. Lösen. Lassen. 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 Wieso man hier die Plattformen entfernen kann. Aber hier ist es logisch. Oh, Perz! Danke. Oh. So schön. So viele Herzen. Okay. Und jetzt? Wie soll ich weitermachen? So wie ich es jetzt hier gerade sehe, ist hier nicht wirklich etwas, wo ich hier interagieren kann. Oh, doch. Doch, 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 doch. Hopp. Ich nehme es zurück. Boah. Mega secret. Hui. So ist das also. Okay. Hier ist nichts, wo ich nochmal reinklettern kann. Aber hier. Oh. Oh. Nice. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ah. Ich glaube, ich verstehe. Jetzt bin ich hier am Dings. Am Anfang. Moment. Ich will lieber zurück. Da sind so viele Krüge. Krüge. So viele Krüge, wo ich hin will. Okay. Bulup, 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 bulup. Bulup, bulup. Wee! So, dann noch mal tanzen Wie komme ich zu dieser Truhe? Oder habe ich das jetzt doch nicht so ganz richtig verstanden? Ah! Ah, magische Marmelade! Dafür war das? Nur für die magische Marmelade? Okay. Es ist für magische Marmelade gedacht gewesen. Alright, Game. So, dann... Oh Gott! Wo fielte dieser Weg nochmal? Ich glaube, da war ich. Ich glaube, jetzt will ich irgendwie exploren mit dem Affen. Okay, der Todesritzer ist auch wieder weg. Ja gut, der Speicherpunkt ist immer nett. Eigentlich dachte ich jetzt auch mehr an Dings. Ah ja, das ist der Weg, genau. Ah, wie ich es mir gedacht habe. Aber erstmal möchte ich zu Dings nochmal. Oh! Erstmal eins nach dem anderen. Jetzt ein Bleistift. Ist hier irgendein... Weil ich weiß, da gab es was. Hier. Ein geheimer Weg. Ich habe das Gefühl... Alles davon sieht so richtig aus. Ah. Wieder so ein Dingsrätsel. Okay. Ich glaube, mit dem befassen wir uns aber beim nächsten Mal. Egal, Post-Tiefer-Negativ-Wertung war gern gesehen und was weiß, erzählt das das nächste Mal wieder. Sehr geil. Egal, Post-Tiefer-Negativ-Wertung war immer noch eine Musikstelle. Und da war's. Ich habe auch schon ein Schusses-Modell ges propio know- Dingsrätsel. Dingsrätsel. Und da war schon einhör! Und da war für uns bohensinhalb und Bassett hat das wichtig. Das war es mir.